Musik Die Saison hat noch nicht einmal begonnen. Schon gab es am Sonntag nach einem Lawinenabgang in Gageln einen ersten Verschütterten. Warum sind so viele Menschen leichtsinnig und gehen trotz Lawinenwarnstufe 4 ins freie Gelände hinaus? Das ist auch für uns Bergerter sehr oft sehr schwer nachzuvollziehen. Bei einer hohen Gefahrenstufe, bei sehr groß und groß, sich noch Menschen in steiles Gelände begeben. Zum einen kann es die sportliche Note sein, zum anderen auch der Reiz eigene Grenzen auszuloten. Auf was muss man neben der Lawinenwarnstufe noch achten, wenn man trotzdem ins freie Gelände gehen möchte? Also Grundlage dazu ist sicher eine Tourenplanung, die ich machen muss. Zur Tourenplanung gehört die Auseinandersetzung mit dem Lawinenlagebericht, mit dem Wetterbericht. Mit meiner Gruppe, die mit mir geht. Ich sollte also nicht allein unterwegs sein. Das Thema Ausrüstung, die Notfallausrüstung, Schaufel, Sonde, Pieps, Erste Hilfe, Biwaksack, Handy. Das ist ein Muss, wenn man sich außerhalb gesicherter Pisten bewegt. Wenn jetzt der Ernstfall eintritt, gibt es denn noch irgendwelche Tipps, wie man sich in einer Lawine verhalten kann oder ist das so oder so quasi unmöglich? Wenn ich von einer Lawine selbst verschüttet werde, muss ich versuchen, möglichst an der Oberfläche zu bleiben. Dies versuchen, den Schnee seitlich wegzuschieben, zu drücken, solange es geht. Spüre ich, dass der Schnee mich überrollt und dass ich untergedrückt werde? Eine Kauerstellung einnehmen und positiv denken. Also mein Kamerad, der kann mich finden. Er hat den Umgang mit dem LVS-Gerät geübt und er findet mich. Vielleicht eine Atemhöhle mit den Händen machen. Nützt das was? Ja, natürlich. Das gehört zur Kauerstellung dazu. Die Hände möglichst vor das Gesicht zu bringen. Das ist, so wie mir bereits mehrere Verschüttete, die es überlebt haben, berichteten, nicht einfach. Also das ist sehr viel mit Glück verbunden. Also das ist sehr viel mit dem LVS-Gerät. Das ist sehr viel mit dem LVS-Gerät.